hey leute schön dass ihr eingeschaltet habt ich hoffe euch haben meine letzten videos gefallen falls du den nicht kennst schaue sie dir noch an vergiss nicht zu abonnieren und zu liken ich freue mich natürlich auch über eure kommentare aber nun lasst uns loslegen mit dem video hey heute machen wir weiter mit einem pack opening ja ich konnte es mal nicht sein lassen ich konnte es wieder mal nicht sein lassen ich hatte in meinem leben deswegen schon viele niederschläge einige von euch werden sich jetzt auch sicherlich die hand an den kopf halten wenn sie sagen boah ey keule das hast du jetzt schon so oft probiert es hat nicht geklappt aber ich versuche es jetzt ein aller allerletztes mal und ja wir gucken einfach mal rein ich glaube ich weiß was da drin ist aber ihr müsst es halt jetzt auch noch herausfinden beziehungsweise ihr kriegt es von mir jetzt auch noch gezeigt und komisches messer wieder mal jetzt gehen wir mal her und machen wir mal auf die schoße hier gucken wir mal ob es noch warm ist ja ist noch warm das ist noch warm wir haben jetzt hier mal ein heatpack von der firma aquapack ich glaube die sind ganz normal so gut geläufig was ebay amazon angeht so was haben wir denn jetzt hier haben wir zwei paketchen drin das große paket haben wir jetzt nicht mehr überall sind zettel drauf wie soll ich denn hier eine überraschung machen wenn überall zettel drauf sind jetzt versuche ich das mal hier so zu öffnen dass ich erst mal die zettel runter nehmen kann ach ja dass ich hier überraschung machen ach was soll es kommen ist ja was soll es ich mache jetzt mal auf dann müsst ihr was ich hier habe so wir haben wenn ich hier einen hot and hot hot and hot da da haben wir den zweiten und wir haben hier zwei nitidos sind rotes nitidos ich glaube ich habe es richtig ausgesprochen beziehungsweise hier sind sogar drei drin hat er hier mit drei reingepackt das wäre natürlich geil hat er mir dann einfach mal einen dazu mehr dazu gepackt das war natürlich mega cool ach da ist noch der zweite den ich sehe da freue ich mich drauf ja also wie gesagt früher habe ich schon mal des öfteren rot und totter und nitidos und sowas gehabt aber mit den nitidos hatte ich immer probleme die sind mir immer in der haut gestorben so das werde ich aber anders da machen oder beziehungsweise ich habe auch ihr futter nicht angerührt probleme damals ich habe immer mit leben futter hantiert und habe erst sehr spät erfahren dass die meisten tiere überhaupt kein leben futter annehmen sondern gerne aas essen und dieses mal werde ich es richtig machen und zwar mit aas und dann dürfte da nichts schief gehen so da bin ich wieder und wir haben hier eine dose die kennt man glaube ich schon ich dachte erst ich fange etwas anderem an andere becher da bin ich mir aber so unentschlossen weil die hier so ein ganz dünnes plastik gitter haben und ich habe ein bisschen schiss dass die mit ihren schern das vielleicht aufreißen können und dann sind sie raus denn solche tiere sind kein spaß und solche tiere will man nicht frei in der wohnung laufen haben ich habe jetzt hier ältere erde gehabt oder genommen und habe die jetzt mal hier rein die ist noch relativ trocken gucken wir dann später wegen dem trinkbehälter so also wie gesagt wir haben hier hottentotter hottentotter und auch die nitidos das sind keine tiere die man auf die hand nehmen kann das ist kein sage ich mal blauer teil riesenskorpion oder sowas in die richtung wir reden hier von genauso wie die titius schickmurus die ich habe wir reden hier von tödlichen tieren wir reden hier von tiere die einem das leben schwer machen können oder beenden können sogar und deswegen immer immer sehr sehr vorsichtig sein mit der handhabung wir haben hier deutsche nachtzuchten wir haben hier zwei hottentotter die kommen definitiv aus afrika also steht sogar drauf und wir haben hier sogar welche aus der dominikanischen republik das sind die nitidos erstmal hottentotter reinsetzen man muss halt auch schon beim öffnen sehr sehr vorsichtig sein also wie man sieht die tiere sind auch schon relativ groß also die sind jetzt schon i5 glaube ich sogar schon oder sogar auf dem weg schon zu i6 ich trenne jetzt erstmal hier das klebeband auf ich werde den deckel anheben und öffnen werden wir den deckel aber komplett erst wenn der kleine mann in seinem zu hause drin ist wie gesagt kein risiko eingehen so kleiner mann ich hatte auch schon also ich habe erfahrung mit den tieren ich hatte ja auch schon mal einen hottentotter der carburetensis und die tiere sind mir geläufig ich weiß dass man da ein bisschen sachte mit sein muss was ist was ist was ist ich habe was gelesen man kann man kann leicht an einer ecke so ein bisschen nass machen aber man soll es halt nicht übertreiben so viel nässe ist nicht gut vertragen die nicht ach der ist schnell so hottentotter hottentotter absolut giftiges tier und mit vorsicht zu genießen also fangt am besten erstmal mit einem schwarzen thai riesenskorpion an fangt erstmal damit an das sind auch tiere die kann man auf die hand nehmen das sind keine schmuse tiere die wollen nicht schmusen die wollen jagen die wollen töten wir wollen die nicht wir werden auch zum schluss noch die jungs füttern aber erstmal erstmal platzieren wir sie hier erstmal nur rein ich denke das kann man so ausreichend erstmal lassen der andere hier hinten läuft schon rum der will schon raus er denkt sich auch schon ja jetzt machen wir die luke auf ich hab unge auch nochmal vielen dank an andré ich werde auch jetzt nur den vornamen sagen mit keiner nachnamen geben vielen dank an andré von dem ich die tiere bekommen habe sehr vertrauenswürdig ich habe die tiere schon lange bezahlt gehabt und dann sind nochmal minus temperaturen aufgetaucht und dann er hätte mich übers ohr ziehen können hat er nicht gemacht fand ich sehr sehr gut von ihm auf jeden fall vielen dank nochmal andré wenn du das siehst hörst dankeschön bist ein klasse kerl erstmal hier rausholen und dann können wir ihn gemütlich er kommt du musst da ich muss da raus was neues zu hause mein freund komm genau so der ist schon mal in sein neues zu hause zurück das ist auch schön da hat sich gleich mal eine höhle gesucht cintro jodes nitidus und da packe ich auch ein bisschen auch ein bisschen feuchte erde rein da werde ich aber erstmal keine höhle reinpacken weil die jungs sind wie gesagt in der gruppe drin und ich muss jetzt gucken wie ich die als gruppe hier rüber bekomme auch die hier tödlich sehr sehr giftig aber eine der skorpions arten die man in gruppen halten kann ich mag ja gruppentiere ich finde gruppen immer toll das hat immer so ein bisschen was spezielles so wenn man gleich eine ganze gruppe hat dass ich jetzt mal ein bisschen mehr sehe weil ich auch mehr sehen möchte in dem fall packe ich jetzt mal hier das klebeband weg ich will wissen was passiert wenn ich da drin herum fuchtel ja man konnte jetzt ein klebeband nicht wirklich sparen man hat die extra drei und vier mal zu geklebt das ist auch gut so jetzt habe ich ja nichts aber so zum video machen ist nicht gerade praktisch so einen sehe ich definitiv eins, zwei ich glaube ich sehe sogar den dritten die haben sich da alle reingewühlt also vielen dank nochmal für den einen mehr sehr sehr nett auf jeden fall jetzt kommt post einen moment haben wir eine unterbrechung gehabt ach ja jetzt ist das hinten zugegangen wieder schauen wir mal wir haben sie zumindest schon mal alle jetzt in dem großen behälter und jetzt gucken wir mal Nummer eins du musst erst mal hier runter so einer ist schon mal runter vom Zebra der eine sieht auch frisch geholtet aus der ist viermal Der ist wirklich noch richtig klar. Der hat einen richtig transparenten Panzer. Ich würde es mir hier erscheinen. Seht ihr den? Der ist noch richtig klar von seiner Panzerung. Nein, nein, der ist schon wieder hier dran. Nein, nein, das ist mein Silber. Geh weg. Ja, Bro, du musst auch runter. Geh runter. Auf, schnell, Beeilung. Du musst hier runter. Schnell. Ich habe keine Lust, den jetzt unbedingt am Schwanz anzupacken, weil er halt noch so durchsichtig ist. Ja, 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 ja. Okay, Stress. Sehr schön. So, dass ihr es noch mal seht, der ist relativ hell. Der hat sich erst gehäutet, scheinbar. Und hier ist noch der dritte im Bunde. So, das ist der hier. Der ist auch noch ein bisschen kleiner als die anderen. Ja, das ist ein bisschen kleiner. Vielleicht wächst der noch. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der noch wächst. Noch ein Sprung macht irgendwie. So. Ich glaube ich kurz. Ich will doch nur mal das hier verstecken. Also du warst schon im Haus und so. Habe ich ihn jetzt eingequetscht? Ne, oder? Der sieht auch gut aus, würde ich sagen. Die haben Versteckmöglichkeiten. Die sind da. Es sind jetzt zwar nicht gerade viele, aber da wird dann bestimmt noch mal eine dazu packen. Das war jetzt nicht so optimal, finde ich. So. Ja, da haben wir die kleinen Kacke mal alle rausgeholt. Ich würde sagen, wir füttern die Jungs mal. Die haben bestimmt Hunger. Hoden Toder. Hoden Toder. Hoden Toder. So, wie die meisten Männer sagen. Die Hoden Toder. Hoden Toder. Gucken wir doch mal. Und stech zu. Stech zu. Ach, Injektion. Zack. Das war's. Ja. War schnell. War schnell. Packen wir mal den zweiten Was hier rein. Schauen wir erstmal, wo er sich auffällt. Unter welcher Rinde er ist. Hier ist er drunter. Das war's. Na, komm. ich muss sagen, mein haut und totterkörper war wesentlich stechfreudiger, da ging das viel schneller naja, gut, eine ist sichtbar, die Ränder, zwei sind versteckt ok, haben keinen hunger, das ist schade, 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 haben keinen hunger, aber muss man akzeptieren so, also, wir haben jetzt hier drei Stück von denen drin, kann man halt, wie gesagt, prima als Gruppe halten auch, wie gesagt, sehr giftig, keine Kuscheltiere, hier ist der eine, der fertig vom Häuten war und jetzt lassen wir die Jungs am besten mal, am besten mal sie selbst sein, erstmal ankommen und dann sieht man mehr ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao Luis hat 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 Outro Outro